Herzlich Willkommen, mein Name ist Sven. Heute mache ich Hummus, aber nicht mit Kekke essen. Ich habe neue Entwickler mit Räuchertofu und Küllwischkernen. Das ist ein Räuchertofu und viele Eiweiße und wütige, tolle Hummus. So, machen wir anfangen. Zuerst räuche Tofu zu kleinem und Tofu in den Mixer zu geben. Küllwischkernen habe ich schon geröstet. Sojajoghurt, alle zusammen pürieren. Heute mit dieser Stange. Sojajoghurt. Sojajoghurt. Verwoh Olha. AbTCalu ab zosta하시는 W版. Seichte. Ab zurück. Benen Sie Давайте. Bannermuss, das ist YouTube, das ist Asiatische Cytrofruits. Die Geschmack ist ein bisschen wie Dementen und Schaf. In Japan verwendet man die meisten mit den Korken. Und diese habe ich in der Supermarkt gekauft. Mit diesem Rezept passt es sehr gut. Und das ist die Paprika-Puffe. Das ist die reiche Paprika. Das macht diesen Geschmack ganz schön reiche Geschmack. Und so, alle zusammen vermengen. So, das ist die Paprika-Puffe. So, das ist die Paprika-Puffe. Oh-oh. Und noch die Hälfte der Kübiskörner. Kleiner schneiden. Die Hälfte der Kübiskörner. Die Hälfte der Kübiskörner. Die Hälfte der Kübiskörner. Und die Hälfte der Topping. Die Hälfte der Kübiskörner. Die Hälfte der Kübiskörner. Weiter machen wir ein bisschen Topping. Jetzt noch ein bisschen kalt gepresst. Oliver Öl. Topping. Noch ein bisschen Paprika-Pulver. Sie schon aus. Dieser Hummus schmeckt sehr gut. Mit dem Brot. Oder unser Tofu-Baken. Dieser ist unten verlinkt. Das ist ein cremig, würzig, reicher Geschmack und ein bisschen scharf. Wunderschön. Und noch ein Vorteil. Frühst du Mittagabendessen ist mehrlich. Und du musst nicht sorgen, keine Eiweiß-Rezepte. Wenn du interessiert. Weitere Eiweiß-Rezepte. Schreibt mir in den Kommentaren. Wenn du nicht interessiert. Ja, ich muss noch überlegen, was kann man besser machen für dich. Okay. Und so, vielen Dank für die Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich brauche das Eiweiß-Eibisken. Ich brauche das Eiweiß-Eibisken. Nein mehr. Ich brauche das Eiweißen. Weiter, vorne wieder. Ich brauche das Eiweißigern.